Moin 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 Leute, herzlich willkommen bei GW Gaming, mein Name ist Kai und ich stelle euch heute wieder einen 99 Cent Titel vor. Viel Spaß damit! So, herzlich willkommen Leute! Okay, das ist der normalste Cent-Hitle-Invention, und jetzt würde ich sagen, wir starten einmal. So, schönes Glas Wetter. Wir sind wohl auf einer Insel. Also, wenn euch jetzt meine Stimme etwas leise rüberkommen sollte, dann bebatze ich bei diesem Spiel. Weil man kann hier nur den Sound ein- oder ausschalten. Ein Regler zur Lautstärkenregelung ist nicht eingefügt. Na gut, starten wir mal. Wie wir sehen, unten links gibt es eine Lebensanzeige. Etwas süß essen und sprint, oder? Ja, sprint! Gut. Dann rennen wir immer hier lang. Ähm, erster Eindruck muss ich sagen, grafisch, ich hab äh... Komplett auf hoch, auf high. Und... sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Wir brauchen mal hier den Weg hin lang. Das Spiel läuft auch ganz flüssig. Ja gut. Dann starten wir mal. Oh, gefährlich. Und zwei Äpfel. Nicht mehr. Ja gut, dann starten wir mal. Abwärts, abwärts. In den Bunker rein. Oh! Hier ist ja mal ne richtige Sauerei passiert. Level 1. Komm mal da an. Na, damit kämen wir. Die Zombies in die Fresse kloppen. Nichts drinnen. Nichts drinnen. So. Okay. Boah, da hat einer Hunger hier, oder? Kollege! Bist du da mal runter? Kanzkasten. Medizin. Nichts drinnen. Das macht ja gar nix. Ja, jetzt hat's. Bist du denn aus? Richtig schnell. Ja, nicht schon. Das ist ja wie so... Wie so... Wie so ein Gorilla reingesperrt. Dig, keine Ahnung. Dig, keine Ahnung. Ist das mal ein... Ja, super. Ja, super. New task. Get out of the Bunker. Raus aus dem Bunker. Ja gut, dann machen wir das doch mal, ne? Okay, da kommen wir noch nicht durch. Warte, gut. Abgeschlossen. Generator. Dann öffnen wir doch mal den Generator. Ja. Hier ein bisschen... Verpackt. 40 Millimeter. Ohne Pistole nicht gut. follow. быть an Basie. Bin wir es am abfissen mı? berg? Was machst du mit mir direkt? Boah! Ich bin schon ein bisschen schneller unterwegs. Was haben die denn da gegessen? Luch, Kuruto oder was soll das darstellen? Ja, wir haben hier Shotgun, Munition Was gibt's hier noch? Was ist der? Oh, das ist nicht bei mir Leute, ich komme hier ein bisschen durcheinander mit der Tasse Na ja, Pause oder nicht? Was, haben wir ihn jetzt angemacht oder aus? So, oh, der nächste Gorilla Ich bin Footballer Rotzagi in die Fresse! Also Ja Ich weiß nicht, ob die kann hier jetzt von Anfang an Oder nur für den Anfang so schlecht ist oder ob sich die noch steigert, das sehe ich leider Ich bin von Anfang an Schnellig zu liegen! Na schon, da Der macht ja gar nichts Achso Oh, der ist ein Gorilla Jaa, was haben wir da? Munition? Nicht drinnen, gehen wir mal in die anderen Räume. Nee, oh, hier kommt der nicht zu. Na Kollege, die ist zu, da kommt sie nicht durch. Oh Mann, kommt der da alles kaputt, oder? Was ist denn hier geschehen? Oh, grafisch muss ich echt gestehen, für 99 Cent ist es echt genial, ne? Aber bis jetzt, der Spielspaß fehlt ein wenig, aber vielleicht kommt es ja noch. Ich schaue Flinte ja mal. Schönes Ding. Was war denn das jetzt? Komisch. Also mir geht jetzt schon, muss ich ehrlich sagen, blödig. Und irgendwo ist mir aufgefallen, solange die von meiner Rohrzange in die Fresse bekommen, können die einfach nichts machen, ne? Ich krieg keinen Damage rein. Was haben wir denn hier? X ist gerade... Hört sich interessant an. An die Wasserwasche. Du schniegst. Snack. 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 Ich sehe gerade. Unten links. Der Kerl hat Hunger. Ja. Ich wollte da was essen, oder? So. Ich kann ja aber schnell sehen. Hier hinten. Erstmal wieder irgendwas essen. Boah, Mädchen. Das ist eine Männer-Toilette. Oh, geht's gerne in die Fresse. Schau nicht. Ja. Ja. Was soll denn das hier sein? Was soll denn das hier sein? Hm. Oh. Die hat echt ihre Tage ab, die alte. Dumme Sau. Ah, ist schon wieder weg. So. Level 2. Oha. Treppenlaufen. Level 3. Oh. Im Gefängnis sind wir. Schon wieder Munition. Ich weiß nicht, soll ich jetzt... Ah. Die kriegen von mir in die Fresse. Die kriegen von mir in die Fresse. How am I going to do? Du sagst mich nicht mehr so schnell wie du bist du kumpel. Was ist das? Was bist du? Wo? 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 Was ich hier sehe, der kann mir einfach nichts machen, solange ich mit diesem Teil den in die Fresse hau. Bisschen nervig, weil das dann einfach ziemlich leicht ist, also wenn sich das jetzt nicht im Laufe des Spiels ändern sollte. Hier so ein Blutkot-Fleck. Medizin, Medizin. Hat jetzt schon wieder Hunger. Was ist mit denen kaputt? Oh, ein Helm. Natürlich, nehmen wir mit. Ah, Arme-Helm. Medizin. Oh, eine Wesse. Medizin, Shotgun Munition. So, Problem. Oh. Ah. Ist das ein Chirurg oder was? Was soll denn das sein? Mutierter Hirschen, Affen, Borilla, keine Ahnung, Wings, Wurms. Mein Gott, hey, du wirst echt ein Wirscht, Mann. Das traust ich dir aber nur einmal, he? So. Patientenraum. Zimmer. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Oh. Guck mal, alles rein hier. Da jetzt. Messer. Ja komm, tauschen wir mal. Wie kann man das machen? 90 Damage. Eh, 50. Wollen wir mal tauschen. So. Da ist ne Tür. Hier ist ne Tür. Hier ist ne Tür. Was soll das jetzt sein? Grün und Blau. Geht nicht kaputt. Ne? Ja. 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 Ah, man. Du fordert mich ja richtig. Komm her. Oh. Kommst du, kommst du, wir spielen ein Spiel, fang mich, wenn du kannst, wo ist du, wo ist der, hey, hey, oh, eine Granate, oder, oh, genial, er hat schon wieder Hunger, oh, der wird noch richtig fett, so viel Slickers, wie der ist Was ist das eigentlich, so gut, ah, ich weiß, ich, das weiß ich, war mal, war mal, gehen wir mal hier durch, oh, Frauchen, wirst du lieber schläge gegen mich, ah, siehst du, besser für dich, also Leute, ich weiß nicht, ich one-hitte die mit einem Hit, ja, ja, Ah, das ist, was du? Ja, das ist gut, diese Hände. Soooo! Gehen wir doch mal in den Keller! Gehen wir doch mal durch, du dummes Spuck, ey! Scheiße, ey! Oder? Ja! Das ist ja Munitionfisch! Wollen wir mal ehrlich sagen! Level 4 Magazine Shotgun Pulle Oh, ne AK! Da lächle ich doch! Kannst du denn zum mit? Nein, warte ich! Ja! Ja! Wunderbar, alles war! Ja! 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 Und ich weiß nicht, was derjenige sich gedacht hat, aber das ist ja schon ein bisschen Naam, oder? Ah, da rückt ich mir doch voll an, die Sauer. Was hab ich denn hier überschießen? Ah, noch ein Helm! Jetzt haben wir da jetzt schon was? Ich war schon so ein Helm, wo? Na ja, hier brauchst du überhaupt keinen Helm, ey! Oh, ich rück' nicht. Komm, die knife ich jetzt weg. So, meine Geräuschen, da krieg's schon echt Aggressionen, hey, ehrlich. So, meine Geräuschen. Oh, komm, hier mal die Granada testen. Oh, mein. So, meine Geräuschen. My back. Oh. Oh, ey. Ja, klar. Oh, geil. Wer will noch? Gleich. So, da war's. Über die Schwelle und du bist tot. Ach, der Guerilla. So, man muss auf jeden Fall ganz nah an den dicht dran sein, ne? So, ich hab' das grad gemüt'nach. Sonst treff' ich denn nicht. Na gut. Der ist ja schon wieder runter. Ist doch nicht mehr normal, hey. Was haben wir denn hier? Noch was? Jaja, hier. Biskuit. Biskuit. Oh, Kollege, du steckst ja irgendwie fest. Oh. Oh, Kollege. Doktor. Eins, zwei, drei. Oh, vorbei. Komm mal nicht durch. Oh. Seht ihr das? Das war ein Witz, oder? Ehrlich, jetzt mal. Wenn ich hier ernsthaft spiele, da wird mich hier kein einziger Hit werfen. Level 4 schon, hallo. Wenn du... Ein Witz Oh, das hat der Exe gekocht, Alter. Alter. 5. Hopp. Das sieht aus wie der 5. Jawoll. Ja, was denn? So, kommst nicht raus. Hast du Hunger? So? So. Na, rausweichen. Kommst du, Kollege? Ja, kommst du. Oh. Alter Bär, das ist echt ein Witz, oder? Auch wenn es nur 90 Cent kostet, also bitte. Irgendwiese Bugs hier, die man hier sieht durch die Tür. Na ja, das kann ich ja verkraften für das Geld. Ich bin echt eintönig auch gestaltet. Okay. Oh, kommst du wieder so ein Kollege? Okay. Das ist doch so ein Witz. Oh, du bist auch dran. Oh. Davon soll es auch noch einen zweiten Teil geben. Ebenfalls für 99 Cent, aber... Wenn ich mir jetzt... Ja, ehrlich gesagt das hier schon anschaue. Lasst es sein, Leute. Sollte eigentlich kostenlos sein. Was für ein Schaden der mir ja gleich rein. Der kriegt ja Angst. Oh. Oh. Oh, du bist stark. Ganz stark, Voluki. Ganz stark. Ganz stark. Ganz stark zu sein. Oh, boah. Oh, vorkommen. Nichts getan, Frau. Nicht fremdgegangen. Oh, cool. Ja, richtig viel. Damage. Komm mal hier. Munition. Hat mich kurz erschreckt. Die, wo hier weg ist. Munition. Ich bin voll. Wird einer am Scheißen oder am Pissen. Mach schon am Plan, ey. Erstmal doch ein bisschen was. Platz kriegen. Ich bin voll. 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 Ich spritte da ein bisschen. Ich krieg's eine Kugel in die Fresse. Woah. Du brauchst gleich zwei. Hier ist wohl nichts, ne? Ach so. Ich hab keine Energie mehr. Ich hab' noch mal was. Wunderbar. Ich hab' noch mal was. Wunderbar. Jetzt wird er wieder mit der Shell geb- Ich hab' noch mal was. Ich hab' noch mal was. So geht es. Oh. Oh. Motion. Ich hab' noch wieder Motion. Ich hab' noch wieder Motion. Ich hab' noch mal was. Wunderbar. Ja, ey. Ach komm, ey. Warum schießen, Mann? Küchse. Für bitte. Das ist doch nicht euer Ernst, sondern Scheiße. Ooooooh, das gefällt mir ja mal richtig. Was, ne? Drop. Komm, ich küsse dich mal an, was. Shut up. Wir haben ja schon genug von dem Scheiß. Wunderbar. Ja, genial, oder? Der Zip-1 hätte ich die doch. Ah, ich habe die Karte. Vergessen. Oh, was habe ich jetzt vergessen? Oh, mein Gott. Einen Schüssel. Eine Bank. Die Tür war doch auch abgeschlossen, oder? Wie kommt man her? Schon wieder Hunger, was geht denn ab her? So viel wird er frisst. Oh Mann, ist das Wurscht? Wurscht? Komm Na ich da Wir müssen eine Ordnung schaffen hier Oh Kann ich da nicht nehmen, hä Jetzt muss man weg von dem Helm So 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 Ich bin vooooll Du machst mir so ein nerf Kranate Ein Ein Eine wertvolle Karte Damit kommen wir zum wieder durchs Zeug Schaut euch das lächerliche Spiel an Nein, ich will es nicht schlechtreden, es ist einfach nur schlecht Okay, Strom aktiviert Strom, ich hab was auch immer Was gibt's hier? Pistolen und Waffen, für was? Ich seh euch einfach Ja nicht Leute Also, hier Level 5, da geh ich nochmal durch So, was haben wir hier jetzt? Ja klar Ja Das blöde Jaule von den Vieren Das blöde Jaule von den Vieren Na gut, da drücken wir mal Oh Oh ne, komm Leute Leute, kein Witz Das ist doch einfach so ein Scheißspiel Ich muss auch umfören Masse Das ist doch Ich muss auch umfören Masse Das ist doch einfach so ein Ja Von Und Du Und Ja Ja Du Untertitelung des ZDF, 2020